Willkommen zu einer neuen Folge, ähm, ja, ich dreh das direkt im Anschluss, und zwar diesmal mit Sinan. Ich hoffe, komm, Sinan, ich hoffe, man spricht dich, ich sprech dich richtig aus, sorry. Nicht, dass ich hier irgendeine andere Betonung mach. Aber wir fahren jetzt zusammen in Verfolgung, ja. Wir sind grad schon eingefahren. Oha, wieso? Oha, du bist ein Video, dann bleib doch nicht dein schlechtes Auto. Ja, geht, ne? Ja, super, und ich hab meins jetzt. Sinan, sag, bist du bereit? Wir legen los, drei, zwei, okay. Okay, fahr du vor. Ui. Ja, ich, 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 äh, fahr mal so. Ich, ich, ich fahr jetzt nicht so hardcore schnell mit, sondern halt nur normal schnell. Oha, wieso? Warum machst du sowas? Wir, wir können doch hier auch so durchfahren. Oder halt einfach so. Nein, nein, ich wollt gar nicht Schwergewicht aktivieren. Fuck, Mann. Alles klar, stopptet euch. Haltet ihn auf. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Oh, ich dachte, da ist Nitro drauf. Ah, ich wollt gar nicht. Ich wollte eigentlich abbremsen. Scheißen Dreck. Tut mir leid. Das war sehr, fail von mir. Egal. Ja. Ja, jedenfalls fahren wir jetzt direkt im Anschluss zu dem anderen Video. Alter, kommst du? Okay. Jedenfalls fahren wir jetzt direkt im Anschluss zu dem anderen Video. Und, ja. Oh, ein Rhino. Ein Rhino. Oh. Mein Gott. Aber, äh, Sina, du benutzt immer so viel Power-Ups. Wieso? Warum so viel Power-Ups? Schön Power-Ups. Oh, oh. Ich fahr ganz schlecht. Tut mir leid, also. Du weißt ja nicht, dass ich grad aufnehme. Ja, ich mach dieses Video nur für dich. Nein. Doch. Weiß ich nicht. Für alle anderen auch, die es gucken. Und ich rede schon wieder zu viel. Egal. Ups. Fuck. Das war etwas Fail-O-Matico. Arm, 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 arm. Oh, das, 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 das. Ich bin nicht durch die Absperrung geheizt, Alter. Du brauchst nicht immer das Team-Notfall-Manöver benutzen. Das brauchst du selber. Nein, nein. Oh, okay, dann beeile ich mich mal so gut wie möglich. Ups. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Ha. Okay. So, jetzt kannst du, glaube ich, wieder mit einsteigen gleich. In drei, zwei... Oh, da... Oh, da bist du. Hallo, Bulle. Lass mich mal in Ruhe. Dankeschön. Wow. Das war knapp. Oha. Wie gesagt, du musst das nicht benutzen. Ahaha. Deine schönen Power-Ups. Du brauchst immer noch. Du bist so verschwenderisch. Musst du nicht tun. Uh, uh, uh. Sorry. Sorry, sorry. Komm, 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 komm. Nein. Kommste? 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 Oder geht's nicht? Geht's, 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 geht's? Komm, befreie dich. Befreie... Ja, 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 gut. Nicht, dass mich die Bullen hier gleich noch gefangen nehmen, aber wo ich einfach nur rumstehe. Das ist ja ein bisschen Scheiße. Aber ich will auch nicht zu weit vorausfahren, das wäre auch fies, mies, kacke. Ich will, bei Teamflucht finde ich es besser, wenn man so ein bisschen zusammenhängt und nicht der eine so 10 Kilometer weit weg schon ist. Das ist dann irgendwie kacke. Oh, sie nannt mir alles schön frei, Dankeschön, übrigens. So. So. Flaps läuft jetzt übrigens mit 50 FPS, weil das dann bei schnelleren Geschwindigkeiten einfach flüssiger aussieht, wie wenn ich das mit 30 FPS aufnehme. YouTube macht sowieso ein 30 FPS, aber es sieht dann trotzdem flüssiger aus. Ich merke es sonst beim Spielen, dass es richtig ruckelt. Das ist nicht so schön. Oh, ich bin... Ich bin ein Idiot. Nein, 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 nein. Fuck. Puh, das war knapp, ey. Das war knapp. Noch knapp 5 Kilometer. Ein bisschen mehr. So, wo presche ich durch da? Okay. Das Auto lässt sich eigentlich schön steuern. Eigentlich hatte ich das auch braun lackiert. Nein, nutze nicht mal deine schönen Power-Ups. Komm, ich ramme dich von hinten. Okay. Also, ich wollte dir nur einen Geschwindigkeitsboost jetzt geben. Also nicht, dass du jetzt denkst, ich wollte dich aus der Bahn werfen oder so. So war es nicht gemeint. Du brauchst doch deine ganzen Power-Ups auf, ey. Kannst du nicht machen. Ah, oder... Da ist natürlich auch nicht so doof sein wie ich und überall davor fahren. Machst du ja nicht. Nagelbänder, jetzt wird's... Jetzt wird's krass. Jetzt wird's... Oh. Oh, krass. Das ist eine geile Abkürzung. Das ist echt eine geile Abkürzung. Aha. Warum weiß ich sowas nicht? Ich fahre solche Touren nicht so oft. Wie gesagt, ich bin das noch nicht so oft gefahren hier. Wo müssen wir denn lang? Hier lang? Nee. Oh, fuck it. Scheiße. Ich fahre natürlich die langen Touren, ne? Ha, 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 ha. Supi. Ganz große Klasse. Ich fahre mal da lang. Okay. Ho, nein. Oh, ich stand nicht erst mit... Letztes mit Wallrider. Der Wallrider. Uh, 60 Sekunden noch. Okay, das schaffen wir. 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 Fahr, fahr, fahr. Fahr, 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 fahr. dass ihr den vortritt, okay. Und wir haben die Teamflucht gemacht. Yeah. Wir kriegen als Belohnung, für was? Kein Problem. Viermal. Sinan, alter. Eh, noch nicht so viele Power-Ups. Und wir kriegen Street-Bremsen. Ja. Okay. Damit sage ich, das war's. Für die Folge. Mal gucken, was ich jetzt noch mache. Ich muss eigentlich noch mal eine Schatzzeit machen. Vielleicht mit Sinan noch ein bisschen rumfahren. Also liebe Grüße, dann ist es nochmal hier. Uh, cooles Auto. Ein grüner Feld. Haben die Felge gerade gewechselt? Keine Ahnung. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.